Ich kann nicht mal runterlaufen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Aber ich finde, dass ich mit dir zu sprechen ist. Besonders für mich, eigentlich. Was ich vorhin gesagt habe, wie, dass ich hier alleine kann mit dir messen. Es hat mich auch gemacht. Ich kann nicht mit Mission Control darüber sprechen, oder mit Cummy Short. Ich verstehe, mit deinem Radio, du kannst ein Geheimnis halten. 15 Tage vorhin, ich war auf eine Spacke, auf der Seite von der Station. Ich war eine der alten Antenneren der Antenne der alten Kommunikation. Die Sonne war über die westen Seite von der Erde hinter mir. Und es ist so kalt da, so kalt. Manchmal kann man nicht sicher sein, dass du da bist. Ich bin der Arbeit. Ich beginne, zu gehen. Und ich höre diese voix. Nur, es ist meine voix, nicht in meine Mache. Nicht in meine Hände, aber auch neben meiner Hände. Es ist die einzige Art, in der ich kann es erklären. Und die voix hat gesagt... Es hat gesagt... Gott ist tot. Ja. 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 Wir dauern, glaube ich habe die Daten gelesen. ist ja auch egal ob er lebt oder nicht weil wir treffen ja eh nicht lasst uns einfach das spiel spielen nicht über sowas philosophieren ich weiß ob die ganze sache die die welche sich ausgedacht hat sowieso irgendwie sinnvoll ist jetzt gehen wir ins äußere was noch immer uns erwartet fliegen es könnte wieder so eine portal nummer werden aber ich bin gespannt vielleicht ist es auch nur so ein einigmaliger ausrutscher von dem andererseits wenn das hier wirklich so ein test ist und das ding auseinander fällt dann ist es doch nur logisch dass wir in so einen raum reinkommen außerdem wieso bauen die was wo wir durch tests jeweils die erde bedrohen und so es geht um alles testen euch wenn ihr würdig seid dann macht das nicht groß groß das macht ein bums gar kein bums wir schafft es nicht ins entgegen entdings in der richtigen jetzt ganzen zeit dann dann ist aber mal richtig zappenlust da jetzt ist er endlich die andere hätte so nein kannst du nie machen aber da wo kannst du nicht machen kann ich mir ein bisschen wege eine spiegelung aber jetzt kommt wieder und geht schon bei und heute so lange nicht gespielt Nein, ich wollte doch... Ich mach das auch gerne nochmal Wo ist denn der Weg? Da ist der Weg Was ist das? Nein, nein Aha Oh, Moment Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das wird jetzt was. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum bin ich eigentlich hier oben? Ah, hier ist noch nicht. Das war's für heute. 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 Sonst macht er anscheinend keinen Sinn. Da können wir gar nichts, aber ich habe eine Idee, dass das bringt. Das war's für mich. Ja. Ja. Ah, das ist doch. okay man muss irgendwie versuchen alles zu kombinieren wir haben wir haben